Getane Tini ist eine französische Fußballspielerin. Die offensive Mittelfeldspielerin steht beim JuVCFCF unter Vertrag und spielt für die französische Nationalmannschaft. Vereinskarriere Tini begann ihre Karriere als Kind bei der Asprien-les-Châteaux. Im Jahr 2000 erhielt sie das Angebot des Fußballverbands FFF regelmäßig im nationalen Nachwuchsleistungszentrum in Cléfontaine zu trainieren. Was sie ebenso wie in den folgenden beiden Jahren ablehnte. Stattdessen verpflichtete der Verein Olympique Saint-Mémy die 1-4-Jährige auf Empfehlung seiner Angreiferin Marinette Pichon, die ebenfalls in Brienne-les-Châteaux gespielt hatte. In ihrer ersten Saison kam Tini dort noch in einem Jugendteam zum Einsatz. Aber ab 15 spielte sie praktisch ausschließlich in Olympique-Wes Erstliga-Frauschaft. Als diese 2006 in die zweite Division abstieg, wechselte sie zur USCCO Compiègne. In Compiègne erwies sie sich zunehmend auch als beidfüßig torgefährliche und treffsichere Spielerin hinter den Sturmspitzen. Und das sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga, in die die USCCO 2007 abgestiegen war. Ihren Lebensunterhalt verdiente Gaeta Netini sich dort als Lehrerin an einer Grundschule. Seit dem Sommer 2008 trägt sie den Dress des Juvisi-FCF, eines der Top-Clubs Frankreichs. In der Saison 2010-11 stand sie mit den Franzilien des Erstmals auch in der Champions League. Dort gelangen ihr bei neun Einsätzen bis zum Viertelfinale vier Treffer. Im Mai 2012 wurde sie als beste französische Fußballerin mit einer Trophy-DLUNFP der Spielergewerkschaft ausgezeichnet. Im Frühjahr 2013 erreichte sie mit Juvisi das Halbfinale der UEFA Women's Champions League. In diesem Wettbewerb hatte sie selbst zwei Treffer erzielt. Speziell in der Saison 2013-14 gelang Getane Tini auch als Torjägerin der endgültige Durchbruch an die französische Spitze. Und das sowohl in der Nationalfrauschaft als auch in der Liga, in der sie in 22 Spielen 25 Tore schoss und damit sogar die Nationalmittelstürmerin Marie-Laure Delis hinter sich ließ. Dementsprechend wurde Tini 2014 erneut als beste Fußballerin Frankreichs mit einer UNFP-Trophäe ausgezeichnet und zudem von der FFF als Saisonbeste Spielerin 2013 für Zehntel geehrt. Tini kommt bei eigenen Angriffen bevorzugt über die linke Seite, ist aufgrund ihrer Lauffreudigkeit darauf aber nicht fixiert und zudem eine Spielerin, die Duelle im gegnerischen Strafraum nicht scheut. Auch wenn sie bisher mit ihren Vereinen noch keinen nationalen Titel gewonnen hat, hat sie den Avacen der finanzstarken Konkurrenten Olympique Lyon und Paris Saint-Germain widerstanden. Im Sommer 2014 für weitere zwei Jahre sowie 2016 erneut für eine Spielzeit bei UVC verlängert. Begründet hat Tini dies damit, dass sie ihre Zu diesem Zeitpunkt hat sie Sandrine Soubirant als Spielführerin ihres Klubs abgelöst. Hauptberuflich arbeitet Geta Netini seit Anfang 2012 für den französischen Fußballverband FFF, bei dem sie sich vorrangig um die Entwicklung des Mädchenfußballs an den Schulen kümmert. Seit Oktober 2014 kommentiert sie außerdem regelmäßig bei dem Pay-TV-Sender Kanal Plus Spiele der Liga 1 und der Champions League der Männer, wo ihre offenen Worte ebenso wie ihre analytischen Fähigkeiten geschätzt werden. Schließlich wird sie 2016 bei der Männer-Europameisterschaft im eigenen Land als Botschafterin des offiziellen Turniertransportunternehmens SNCF. Fungieren Die Nationalspielerin Mit der französischen U19-Nationalmannschaft gewann Geta Netini 2003 die Europameisterschaft in Deutschland. Von 2005 bis 2007 bestritt sie sechs Spiele in Frankreichs U21-Auswahl. Am 28. Februar 2007 debütierte sie in einem Spiel gegen China in der A-Nationalmannschaft. Und auf den Tag genau fünf Jahre nach ihrem Debüt trug Geta Netini zum ersten Mal die Spielführerin Binde. Ihr erstes großes Turnier mit der A-11 war die EM 2009 in Finnland. Sie stand auch im französischen Aufgebot für die Weltmeisterschaft 2011 in Deutschland, kam dort in allen sechs Begegnungen der Bleues zum Einsatz. Er zielte dabei zwei Treffer, beide beim 4 zu 0 gegen Kanada und schloss das Turnier als WM vierte ab. Ihr zweites Tor gegen Kanada wurde anschließend für die Wahl zum Tor des Turniers nominiert. In der Saison 2011-12, die die Bleues mit 17 Siegen in 17 Begegnungen abschlossen, war sie die einzige Spielerin, die Trainer Bruno Bini in sämtlichen Partien in der Startformation berücksichtigte. Sie gehörte zum französischen Olympia-Aufgebot 2012 und bestritt auch bei diesem Turnier alle sechs Begegnungen der Bleues. Ebenso berief Trainer Bini sie in das EM-Aufgebot 2013 und setzte sie in Schweden in sämtlichen vier Begegnungen in Frankreichs Startformation ein. Anschließend wählte die UE-Fatini in das All-Star-Team dieses Turniers. Anfang März 2014 fand Tini beim Spiel gegen Schottland anlässlich des Zypern-Cups Aufnahme in den internationalen 100er-Klub. Zwei Monate darauf auch in die weltweite Liste der Top-Torjägerin. Mit ihren 13 Treffern in der Qualifikation für die WM 2015 war sie zusammen mit drei anderen Spielerinnen Europas erfolgreichste Angreiferin in der Gruppenphase. Sie gehörte auch zum Kader für die Weltmeisterschaft 2015, bei der sie zwar sämtliche fünf Partien bestritt. Die letzten drei allerdings nur als Einwechselspielerin, weil Bini-Nachfolger Philippe Bergau nach der Vorrundenniederlage gegen Kolumbien auf die Doppelspitze Les Sommers-Delhi setzte. Dagegen gehörte sie im September 2015 zwar wiederum zum französischen Aufgebot. Wurde von Bergau aber keine Minute eingesetzt, im Oktober des Jahres stand sie dann nicht einmal mehr auf der 23er-Liste für zwei Begegnungen der Bleues. Diese faktische Ausbotung, die für ein erhebliches Medien-Necho sorgte, begründete der Trainer zunächst lapidar mit den Worten, er sei nicht dazu da, sich beliebt zu machen. Nachdem die Kritik an dieser Entscheidung nicht nachließ, schob er als Begründung nach, dass Tini im Verein inzwischen nicht mehr in der vordersten Spitze, sondern etwas zurückgezogen agiere. Er aber Spielerinnen mit Torjäger-Qualitäten benötige, die er eher in den sehr jungen Frauenleger, Gauwin, Leberen und Diany zu finden glaube. Angesichts deren geringer Durchschlagskraft bei der 1-zu-2-Heim-Niederlage gegen die Niederlande, Frankreichs Treffer erzielte eine Defensive. Mittelfeldakteurin musste Bergau sich erneut entsprechende Fragen der Medienvertreter gefallen lassen. Ein Artikel von Anfang 2016 in Franz Football legt die Vermutung nahe, dass der Trainer Tini das Auslassen einer großen Torchance in der Verlängerung des WM-Viertelfinalspiels gegen Deutschland nicht verziehen In ihren bisher 127 Länderspielen erzielte Geta Netini insgesamt 55 Tore, damit ist sie die drittbeste französische Torschützin aller Zeiten. Palmares, französische Vizenmeisterin, beste Spielerin der Division 1, Spielerin der Saison, Olympiateilnehmerin, U19-Europameisterin.